Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit dem Turm müsste ich Silgas Signal orten können. Ich habe nur feinste Wacken. 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 Es heißt, die Wasserration... Ich muss hochstecken und Wilder-Signal suchen. Jetzt fange ich an. Kommen Sie, dass wir Zeitflügen haben. Haben Sie was schließt, sehen Sie die Rebellen? Wie war die Antwort? Nicht sehr hilfreich. Die Maschinen waren anders als die, die wir haben. Meine Kraft ist dein. Dein Feind ist mein Feind. Kommandantin Lager. Kommandantin Lager. Das sollte deine Beweglichkeit nicht behindern. Ich glaube, ich gehe später noch rüber. Kommandantin Lager. Kommandantin Lager. Ehre und Kraft. Ich muss weiterklettern, um das Signal zu orten. Ich habe keinen Platz, nur noch etwas höher. Fast geschafft. Okay. Mal sehen, ob ich Silkas Signal empfange. Stalk 142 an Enduring Victory, Reno. Vorrättsabwurf-Signal Echo. Paul, ich bete, dass du dies empfängst. Trin ist eine Nachricht für dich. Da. Ich habe die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Um. Ich muss noch nicht mehr 지나 territorial sein. Da. Ich habe mich nicht mehr um. Da. Ich muss noch nicht mehr abfahren. Ich mache mich. Da. Ich muss noch nicht mehr so rauskennen. Ich habeni. Ich bin nicht mehr über Büllenscheiderk oneself. Das ist deine Chance, gute Ware zu kaufen. Das ist deine Chance, gute Ware zu kaufen. Eine hübsche Farbe. Kommst du aus dem Norden? Aus Blutzerchen? Soll das ein Ort sein? Eines der Wüstendörfer. Sie schicken ihr Ascheblut, damit Vireka unsere Soldaten kennzeichnen kann. Aber die letzte Lieferung ist lange her. Zu lang. Wenn du glaubst, dass etwas passiert ist, warum schickst du nicht jemanden hin? Das würde ich ja. Aber die Hauptstadt kämpft schon gegen Maschinen, Stürme und Wasserknappheit. Alle sind beschäftigt. Meine Gesichtsbemalung lehrt deine Feinde das Fürchten. Sieh dich um. BIRKLJa. 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 BIRKL Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Was ist das? Was ist das? Jetzt sollte ich nach dem Signal scannen und sehen, ob ich den Ursprung finde. Da bist du ja. Ja, wie komme ich jetzt zu dir? Das sollte ich mir genauer ansehen. Ja, wie komme ich jetzt zu dir? 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 Oh, da geht's nicht rein. Vielleicht gibt's noch einen Eingang. Ja, wie komme ich jetzt zu dir? Ja, wie komme ich jetzt zu dir? Sieht vielversprechend aus. Das wird nichts. Na, gut. Na, gut. Ich bin jetzt zu dir. 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 Warumろう? Ich bin jetzt zu dir. Das war's für heute. Geh! 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 Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ah, wird schon wieder. So. Aber was ist mit den anderen? Lass das meine Sorge sein. Ruh dich aus. Ich bin Natika. Du bist weit weg vom Osten, Fremde. Du bist Natika? Dann ist das hier Blutzeichen. Was davon übrig ist. Wo hast du von diesem Dorf gehört? Der Tinterlehrling in Brennspehr hat mir von dir erzählt. Er sorgt sich, dass eurer Karawane etwas zugestoßen ist. Wie du siehst, haben wir größere Probleme als eine Lieferung Ascheblut. Was ist passiert? Beim letzten Sturm wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine rollte mitten durch das Dorf. Viele Bewohner werden vermisst. Aber ich muss auf diese zwei aufpassen. Ich kann mich mal umsehen. Wenn ich jemanden finde, schicke ich sie her. Ich danke dir. Und wenn du einen alten, grimmigen Soldaten namens Kentog siehst, sag ihm... Sag ihm, wo ich bin. Vielleicht kann ich mit meinem Fokus Überlebende finden. Das Wasser ist... ...zehlich... ...verschnitzt. Hört uns jemand? Wo seid ihr? Wir stecken in diesen Turm fest. Die Flut hat den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht dran. Okay. Ich suche nach einem Weg zu euch. Ich muss auf den Leiter ganz oben am Gebärde kommen. Vielleicht komme ich über die Kaputte daneben rüber. Ich muss auf den Leiter ganz oben am Gebärde kommen. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Von hier sollte ich zu den Überlebenden kommen. Was ist das? Oh, oh, oh. Was ist das? Kann ich mich ziehen? Kann ich nicht? Irgendwann werde ich schon trocknen. Es tut mir leid! Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der Wasserfall, den ich unten gesehen habe, sollte hier irgendwo seinen Ursprung haben. Ich muss die Quelle finden. Das verstaue ich für später. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das Wasser kommt hier rein. Mit dem Feuerglimmer kann ich die Wand zerbrechen? Was hast du getan? Was hast du getan? Oh Gott. 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 Weg. 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 Weg.